Willkommen zurück bei Diablo 4, nachdem wir beim letzten Mal fertig gemacht wurden. Fassen wir es mal zusammen, wie es ist, oder? Wir brauchen nichts schön zu reden, ganz ehrlich. Wir brauchen nichts schön zu reden. Wir wurden in diesem Dungeon fertig gemacht. Aber wir sind nicht die Einzigen, das ist die gute Nachricht. Macht es natürlich nicht weniger schmerzhaft, aber... Gut, wir sind hier unten, statt in Bärenlage, warum auch immer man immer hier startet und nicht direkt bei der Zuflucht des Bärenstamms. Aber wir wollen nach da. Wir wollen nach Korvala. Und wir wollen mit Mutter Oberin und Prava darüber reden, dass wir den Segen des Lichts brauchen. Und damit wollen wir die Hauptstory weitermachen. Ein bisschen ärgert mich das schon. Die Tode waren alle sehr unschön in der letzten Aufnahme. Da haben wir schon mal ein Ereignis gemacht. Eiligen Versteck. Da waren wir noch nicht. Ich brauche Zeit, um das zu tun. Ich bin noch nicht bereit. Ich bin noch nicht bereit. Heiligen Versteck. Okay. Schauen wir mal rein. Charaktere im Tarnmodus können sich... Ich bin noch nicht bereit. Ich bin noch nicht bereit. Ich brauche mehr Energie. Ich brauche mehr Energie. Ich brauche mehr Energie. Ich brauche mehr Energie. Ich brauche mehr Zeit. Ich brauche mehr Zeit. Ich habe nicht genug Energie. Ich brauche mehr Zeit. Ja, Meisterschaft wieder nicht geschafft. Aber die sind auch teilweise wirklich sehr schwierig. Cool. Naja, naja. Aber die Erfahrung zählt ja auch, ne? Die Erfahrung zählt auch. Okay, Kovala mit der oberen Prava, der Segen des Lichts. Wir kommen ein wenig in die Nähe des Finals der Open Beta. Und da bin ich sehr gespannt drauf, wie es dann vor allen Dingen weitergeht, ne? Denn all das hier kenne ich so, zumindest in der Hauptstory her natürlich schon. Erste Ruinen, okay. Ein schöner Aufgang, okay. Und... Nennt euer Begehr. Nennt euer Begehr. Korvala. Mutter Oberin Prava erwartet mich. Öffnet die Tore. Mehr oder weniger, oder? Erwartet sie uns? Ja. Korvala. Korvala. Ey, Viko! Viko kennen wir ja noch. Das war ja der, der, äh, ne? Sich hat bestechen lassen und so überhaupt erst den Zugang zu der Mine und zum Schwarzen See ermöglicht hat. Ich mag ja die Kleidung hier. Denke ich immer an den Kampfmagier aus... ...Sacred. Sehr viele Mönche. Was haben wir hier? Stachelhelm. Die Stacheln sind tief in den Helm eingearbeitet und teilen einer Metallplatte, die nach unten ragt. Die Metallranken reichen bis zur Basis des Helms und führen in eine mit Nieten besetzte Lederkappe, die keinen Platz für einen Kopf lässt. Das heißt... Wenn man den aufzieht... Okay. Manor, der Ritter der Reue. Ist das eine Rüstung? Das ist keine bloße Rüstung. Es ist ein heiliges Gefäß der höchsten Handwerkskunst. Sie kann einen reumütigen Sünder direkt zum Licht führen. Kann Rüstung das etwa? Ja, wenn ich mir so die Handschuhe hier angucke, die sieht viel zu groß aus, um bewegt zu werden. Glaube. Und nicht, dass Fleisch bewegt die Tracht. Aber wie? Das wissen nur die wenigsten. Die Praxis wurde vor langem aufgegeben. Etwas Großes kommt auf uns zu. Ein heiliger Krieg. Denkt an meine Worte. Andernfalls hätte sie mich nicht gebeten, ein Relikt wie dieses vorzubereiten. Mutter Oberen Prawa, ja? Okay. Hey, ich will da hin. Da darf ich nicht hin. Okay. Sehr viele Mönche und Priester hier überall. Gut. Reden wir mal mit Vego. Oder? Was haben wir hier noch? Ach, guck mal hier. Okay, aber was ist denn Korvala? Ist das hier eine Art Kloster oder eine Wehr? Aha. Statue eines Ritters der Reue. Die Inschrift... What? Die Inschrift besteht aus einem Kampfgebet der Ritter der Reue. Sie beten hier auch alle. Guck mal. Symbol der Kirche. Mhm, 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 mhm. Vego. Hast du nichts zu sagen, oder was? Nicht viele könnten eure Sünden ertragen. Boah. Halt! Sie erwartet uns. Ja, Vego hat natürlich jetzt... Viel Glück. Ja, eine etwas unschöne Rolle bei der ganzen Sache. Man könnte ihn dafür verantwortlich machen, dass das mit Lilith nur passiert ist, weil er sich hat bestechen lassen. Boah, diese Innenräume, ne? Lass den neuen Wachkommandanten die Streitkräfte ersetzen, die wir bei der Mine verloren haben. Ihr seid also zurückgekehrt. Vego hier meint, ihr wäret tapferer gewesen als er. Das kann man so sagen, ja. Eine Karte von Estuar mit zahlreichen roten Markierungen und Pfeilen, die alle auf die sagenumwobene Stadt Caldeum zeigen. Das ist Kasklein. Mhm, 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 mhm. Caldeum. Ich mag dieses Ganze. Ich glaube, Robin Hood, die Legende von Sherwood ist so das Spiel, wo ich immer dran denken muss. Und natürlich Sacred. Okay, Mutter Oberin Prava. Ich brauche einen göttlichen Segen, um Lilith zu jagen und den Schwarzen See zu überqueren. Zuerst müsst ihr des Segens würdig gemacht werden. Ein heiliger Krieg kann nicht mit Ungläubigen gewonnen werden. Lasst euch nicht täuschen. Dieser Krieg ist heilig. Lilith hat den ewigen Konflikt nach Sanktuario gebracht. Inarius wird uns befreien. So steht es geschrieben. Bis dahin müssen wir unsere Rollen spielen. Pilgert zum Alabasterkloster. Läutert euren Geist. Dann können wir über einen Segen sprechen. Da kann ich mich auch gleich nützlich machen. Kommt zu den Ruinen südlich von hier. Mhm, 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 mhm. Okay. Vollendet die Pilgerreise zum Schrein der Busse. Wir sollen erst unseren Glauben beweisen, bevor wir den Segen bekommen. Macht soweit ja sogar Sinn. Ist vielleicht nicht gut, wenn man die Kirche nicht mag, aber macht Sinn. Ach ja. Diese ganze Grundstimmung, ey. Es ist halt wirklich ein verdammt trostloses erstes Gebiet. Aber auch die... Der Zoom-Out war auch geil gerade, ne? Und jetzt wieder ein Zoom-In. Oh, Hammer. Aber diese trostlose Stimmung, eh, sie ist auch gleichzeitig super. Einen Moment bitte. So, sorry. Ist wieder so eine typische Aufnahme. Die hätte ich auch jetzt nach dem Telefonat erstarten können. Unser Charakter ist auch schon eingeschlafen. Fabelhaft. Gut, willkommen zurück. Wir wollen weiter in Richtung der Pilgerreise. Vego hilft uns dabei, um uns den Segen der Kirche zu verdienen. So ist es. Sprecht mit Vego. Hallo. Was muss ich für die Pilgerreise tun? Westlich von hier ist ein Schrein, der beherbergt ein Relikt. Es heißt, es nehme einem die Sünde ab. Belastet einen. Körper und Seele. Beutelt einen so richtig. Es läutert einen. Als Vorbereitung, dem Vater gegenüber zu treten. Ich hoffe, ihr bereut nicht allzu viel, meine Freundin. Für manche sind solche Dinge tödlicher als für andere. Passt auf euch auf, ja? Ich werde euch am Ende finden. Mhm, 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 mhm. Okay. Liest von der Tafel am Altar der Reinheit. Was könnt ihr mir noch über die Pilgerreise sagen? Nichts Gutes. Hab mehr als nur ein paar gute Soldaten daran verloren. Aber sie läutert einen für Inarius. Seltene Ehre für Außenstehende. Wenn man das so nennen kann. Mhm, mhm, mhm. Ihr begleitet mich nicht? Ja, nein. Ich bin noch lange nicht bereit. Selbst wenn ich den Weg überlebe. Wer weiß, was am Ende geschieht. Aber ihr, ihr habt eine echte Chance. Schön, dass er davon ausgeht, dass er selber es nicht überleben würde, oder was? Glaubt ihr selbst an die Prophezeiung der Kathedrale? Alles rund um Lilith, Inarius und den Aufstieg, Inarius zurück in den Himmel? Ich hatte meine Zweifel. Die Priester redeten ununterbrochen von Liliths Rückkehr. Doch nun ist sie hier. Genau wie sie es gesagt hatten. Naja. Naja. Ich muss immer an Lora denken mit seinem, äh... Ja, sie ist die Mutter von Sanktuario. Und die Kirche so, nein, nennt sie nicht so. Sie ist nur ein Dämon. Die Prophezeiung ist auf jeden Fall, selbst wenn sie stimmt, sehr einseitig erzählt. Sagen wir es mal so. Sehr, sehr einseitig. Hey, da waren wir ja schon mal. Wisst ihr noch, als ich gesagt habe, hey, hier müssen wir storytechnisch noch hin? Hä, hä, hä. Boah, diese eingefrorenen. Wow. Alter der Reinheit. Ähm, an den Sünder. Götze der Gläubigen. Äh. Bringt den Götzen zum Altar des Martyriums. Oh Gott, okay. Ja, man sieht recht wenig. Macht den Kampf natürlich nicht unbedingt leichter. Aber spannender, oder? Ich brauche mehr Zeit. Aha, aha, aha. Aha. Ich habe kaum noch Energie. Mit dem Schild ist gemein, ha? Okay. Ja, der Götze konfrontiert uns mit unseren Sünden und offenbart uns, ähm, wie es ist, sündhaft zu sein. Altar des Martyriums. An den Leidenden. An den Leidenden. Trüft das Stechen eurer Wunden. Lasst das Eis in eure Knochen kriechen. Heißt euren Schmerz willkommen. Denn die Qual des Fleisches ist die erste Läuterung der Seele. Lasst eure Seele stärker werden als jedes Leid. Mh, mh. Nee, hey, weiter geht's. Ups, falsche Seite. Upsi, ups, wow. Oah. I, Skelette. Stachelige Schrecken, mh. Altar der Erlösung. Ich brauche mehr Zeit. Sauber. An den Sucher. Seht euch um. Seht die Berge, die euch überragen. Spürt, wie winzig ihr seid. Nehmt Bescheidenheit an. Akzeptiert eure Stellung und verehrt den Vater. Denn er hat uns den Weg gezeigt. Aha, aha, aha. Laut Denarius der Weg des Glaubens, laut Lilith der falsche Weg. Denn sie meint ja, der Weg der Sünde wäre der richtige. Und die Menschen sind ja in Sünde und im Glauben geboren, da sie ja sowohl Engel als auch Dämon in sich tragen. Und die Menschen sind ja in der Nähe. Ich brauche mehr Zeit. Ich brauche mehr Zeit. Ich bin noch nicht bereit. Den haben wir gut observiert. Das war eine coole Kiste und sie sah cool aus mit den Fledermeisen. Alter des Aufstiegs. An den Reugen. Mhm, 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 mhm. Ihr seid nichts ohne den Glauben. Ja, so kann man natürlich auch Menschen darauf trainieren, den Glauben für wichtig zu empfinden. Ach guck mal, der rote Schleier ist übrigens weg. Der gesalbte Aufstieg. Oha, was haben wir hier? Ansehen. Alabasterkloster. Ich liebe diese Perspektiven-Spiele. Oder? Hey, Vigo. Und die Tür auch. Okay. Ich spiele eben gern Karten. Deshalb bin ich doch kein Sünder. Aber die Bestechung. Meinetwegen sind gute Soldaten umgekommen. Bin ich so ein Mann? Werde ich immer so einer sein? Ich will nur... Verdammt! Ich bete! Warum klappt das nicht? Ha. Ihr habt es geschafft. Das wäre dann zumindest einer von uns. Ihr habt von Prava gehört? Das werde ich bald. Aber genug davon. Ihr werdet in Kürze Vater Inarius persönlich treffen. Nicht alle kommen wieder, wisst ihr. Aber ihr solltet es. Ich schulde euch eine Runde. Toll. Wir werden Inarius treffen, Leute. Inarius selbst. Den... Den Engel. Wie sieht es im Inneren des Klosters aus? Weiß nicht genau. Aber ich habe verrückte Gerüchte gehört. Irrer alter Mönch, falls der Pechvogel überhaupt noch lebt. Da drin ist es sicher so kalt wie hier draußen. Aber prächtig wird es sein. Das steht fest. Nur das Beste für den Hohen Herrn. Aber warum ist Inarius hier hinten abgelegen? Am hintersten Kloster? Wenn ihm doch wahrscheinlich in ganz... Ja, nicht in ganz, aber in fast ganz Sanktuario die Welt offen liegt. Alabaster-Spitze. Wow. Heieieiei. Heieiei. Eines der größten Highlights der damaligen Beta auf jeden Fall. Das, was uns da drin erwartet. Aber vorher war hier hinten nicht noch ein Dungeon? Fragezeichen? Nee, ne? Oder? Nee. Oder? Nee. Verschlossen. Nee. Okay. Gehen wir mal hoch. Gehen wir rein. Zu Inarius. Dem Engel. Dem gefallenen Engel, der mit Lilith gemeinsam Sanktuario erschaffen hat. Dem Vater aller Menschen. Kann man das so sagen? Alabaster-Kloster. Und hier ist es wirklich wunderschön. Die Statuen. Hier diese goldenen Vorhängen. Oh. Es ist... Oh. Eine Augenweide wirklich. Knet vor ihm nieder. Und denkt daran, dass ihr klein seid. Unendlich klein. Ähm. Okay. Bruder Orlin. Das ist wohl der verrückte alte Mönch, ja? Aufseher des Alabaster-Kloster. Warum muss ich knien? Nein, nein. Es geht nicht ums Niederknien. Es geht um Wunder, Ehrfurcht. Das Licht selbst, die Göttlichkeit selbst, strömt aus diesem Raum. Obwohl mein Fleisch kalt und taub ist, ist mein Geist warm vor Ehrfurcht. Was können wir tun, außer niederzuknien? Soll Sinarios nicht in Korvala sein, bei den Soldaten der Reue, bei den Rittern der Reue? Das war er, bis die süße Poesie der Prophezeiung erklang. Um ihre Botschaft zu ergründen, pilgerte er tief in das Herz Sanktuarios auf dem Weg zu. Nun, das sollte ich nicht sagen. Was hat er im Herzen gesucht? Wohin ist er gegangen? Zu wem? Es schmerzt mich, die Wahrheit seines Lichts zurückzuhalten. Doch ich spüre es in euch, Pilgerin. Er ist aufgebrochen, um mit Radma zu sprechen, dem ersten seiner Kinder, dem wahren Urheber der Prophezeiung. Er tauchte bewaffnet mit heiliger Überzeugung auf. Eine heilige Schlacht inmitten der Prophezeiung, die durch seine Klinge gewonnen werden sollte. Seitdem meditierte er hier über Jahre und bereitete sich darauf vor, sich offen seinem Schicksal zu stellen. Heute die... Habt ihr gerade die Glocken gehört? Okay, also ist Inarius ins Herz von Sanktuario gegangen, um dort mit Rathma, seinem ersten Sohn, seinem ersten Kind, über die Prophezeiung zu sprechen. Weil sie ja offenbart, dass Inarius wieder in den Himmel zurückkommt, wo er ja hin will. Mhm. Und dann hat er die Klinge des Lichts auf seinen Sohn niederfahren lassen und seitdem meditiert er hier. Okay. Und woher wisst ihr so viel über Inarius? Woher weiß man von der Wärme der Sonne, der Liebe seiner Mutter, der Schönheit eines Liedes? Seine Präsenz ist ansteckend. Sie kriecht in eure Seele. Ohne Glaube sind wir leer. Ein leerer Brunnen. Die Frommen füllen ihre Becher mit Gebeten. Meiner fließt von seinem Licht über. So nah, so rein. Nein. Ich bin verändert. Ich bin nichts. Ich bin besser. Ist das nicht wunderschön? Was? Ist das das Gegenteil von dem Emanuel Kant? Werde dich deiner selbst bewusst? Moment. Welch. Das ist eine katastrophale Aufnahme. Es tut mir wirklich leid, aber boah. Ich musste jetzt gerade schon... Ich musste ja telefonieren. Alles gut. Ne? Dann hatte ich gerade Flackern auf meinem Monitor und musste den Computer neu starten. Eieiei. Okay. Wir sind im Alabasterkloster. Wir wollen Inarius dem gefallenen Engel gegenüber treten. Erinnert ein bisschen an Tyrael aus Diablo 3. Und hier ist er. Ist schon geil aus, ne? Boah, ich mag diese hyperrealistische Darstellung hier überall. Aha. Guck mal hier. Schöpfer Sanktuarios. Diese Welt ist vergänglich. Wir wurden in die Sünde und Verderbnisse in Sanktuario hineingeboren und nur durch die guten Taten des Vaters werden wir in den Himmel empor gehoben. Schön wie er alleine dargestellt wird, ne? Als Schöpfer Sanktuarios und Lilith gar nicht genannt wird. Boah, sieht so schön aus. Unser Vater Inarius ebnet diesen Boden, öffnete diesen Himmel und erschuf Sanktuario aus dem Segen des Weltensteins. So ist es. Lilith und Inarius haben hier den sagenumhobenen Weltenstein gestohlen, um damit Sanktuario zu erschaffen. Aber es war eben nicht nur Inarius, wie es hier natürlich für die Kirche des Lichts dargestellt wird. Die Krankheit raubte ihr die Kindheit. Doch der Vater schenkte ihr neues Leben. Die Mutter Oberin Prava ist nur einer seiner vielen Segen. Ah. Deswegen ist sie ihm so treu ergeben. Inarius der Hoffnungsschimmer. Er wurde aus dem Himmel verbannt, doch seine Rückkehr wurde vorausgesagt. Unser Vater Inarius wird in den Himmel aufsteigen und auf seinen Schwingen werden wir erlöst werden. Vater der Menschheit. Der Vater weiß den Weg zum Licht, doch der Orden der Ritter der Reue wurde gegründet, um uns den Pfad dorthin zu ebnen. Er weiß den Weg. Die Ritter der Reue sorgen dafür, dass dieser Weg auch bestritten werden kann. Oh, die Glockenschläge. Durchschreitet das Portal des väterlichen Glanzes, um euch Inarius zu unterwerfen. Denn denkt daran, wir benötigen den Segen des Lichts, um Lilith zu folgen. Lilith, seine Ex-Geliebte, kann man so sagen, oder? Mit der er gemeinsam Sanktuario, die Nephilim und im Nachhinein auch die Menschen geschaffen hat. Seid ihr bereit? Einer der geilsten Momente. Viel Spaß. So wollt ihr vor mich treten? Vergebt diese Störung, aber... Sagt mir, was ihr braucht. Ich muss den Schwarzen See überqueren. Dazu brauche ich euren Segen. In meiner Zeit hier habe ich eines gelernt. Was wir suchen und was wir brauchen, sind meist unterschiedliche Dinge. Ich dachte einst, ich könnte diesen Krieg beenden. Doch es gab keine Lösung. Nur mehr Schmerz. All meine Taten entfernten mich weiter von meiner Heimat. Von dem Ort, an dem ich sein sollte. Wir haben diese Welt aus dem Unmöglichen erschaffen. Und Borpher rottet sie im Inneren. Wie ihre Schöpfer. Aber... Ich... Lilith hat die uralte Stadt betreten. Mit eurem Segen kann ich sie verfolgen. Euer Volk ist schwach. Und diese Welt ist an die Kreuzzüge der Unwürdigen verschwendet. Ich kann sie stoppen. Hm. Die Audienz ist beendet. Hohoho. Zurück nach Corvalla. Puh. Verrottet wie ihre Schöpfer. Ja, Inarius wirkte alles andere als nachdenklich. Hier wirkte eher so, als hätte er mit seinem eigenen Dasein abgeschlossen, oder? Denn er wollte mit Lilith ja diese Welt erschaffen, um den Krieg abzuwenden. Aber letztlich... ...hat Lilith oder... ...hat sich die Welt gegen Lilith gewandt. Er selbst dann auch. Irgendwie so. Ihr wisst schon. Und der Krieg, der ewige Krieg zwischen Dämonen und... ...Engel zwischen Himmel und Hölle ist auch in Sanctuario ausgebrochen. Ich find's so geil, dass Inarius einfach so... Er hat's einfach satt. Diesen Konflikt. Genau wie Lilith eigentlich, ne? Ja. Äh... Ja, Inarius wirkte nicht gerade gastfreundlich. Nein, nein, nein. Ihr habt ihn vernommen, aber nicht zugehört. Seine Stimme ist Musik. Eine Symphonie des Lichts. Blickt hinter die bloßen Worte und ihr werdet Wahrheit finden. Ja. Ich hab auch schon in der Beta gesagt, das erinnert mich an irgendeinen Film oder irgendwie sowas, wo auch jemand die ganze Zeit etwas sagt, aber er wird einfach nicht richtig verstanden. Was war das nochmal? Oder war es sogar irgendwie sowas Disney-mäßiges? Irgendetwas, wo die ganze Zeit so von wegen, ah... Wo sie ihm nie zugehört haben. Die haben ihn verehrt, verheiligt, aber egal was er gesagt hat, sie wollten nicht die Wahrheit dahinter hören, die eigentlich leicht zu erkennen war. Aber sie haben immer gesagt, nein, du verstehst die Worte des Heiligen nicht so in der Richtung, genau wie er. Er hört ja gar nicht zu, was Inarius sagt, sondern er erwartet hinter jedem Satz von Inarius die Offenbarung. Die Offenbarung stecht hin. Sprecht mit Mutteroberin Prava in Korvala. Vigo? fort. Boah, ich find das so geil. Heieiei. Okay. Das war unsere Audienz bei Inarius. Ihr habt euch mehr erwartet? Boah, der ist aber... Vor allen Dingen auch dieses kurze... Hm. Ich kann nie stoppen. Hm. Die Audienz ist beendet. Ach. Neues Aussehen. So, und hier kommen wir in die Ecke, in der eigentlich der Weltboss gewesen wäre, oder? Genau, der Schmelztiegel. Hier kommt ja der Weltboss, durch den man in der Beta besiegen musste, um diese Trophäe fürs Pferd freizuschalten. Haben wir auch gemacht. Das heißt, auch die Ecke hier kennen wir schon. Da fehlt noch eine kleine Ecke, da gehen wir jetzt nochmal hin. Puh. Ah, ich finde es so geil mit dem, äh... Mit dem, was er gesagt hat, und dann, dass der vorne sagt, nein, ihr habt gehört. Ihr habt seine Worte vernommen, aber nicht zugehört. Und alles, was Sinarius sagt, ist, dieser Konflikt ist endlos. Und er ist es leid, ihn weiter zu ertragen. Und seine Versuche, ihn aufzuhalten, sind gescheitert. Immer noch vier, ne? Oh, alter Obelisk, ja. Nö. Ist gerade die Welt auf Monster leer, weil wir einfach nur zurückkehren sollen? Kann das sein? Ist doch schön ruhig hier, ne? Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ich brauche mehr Zeit. Äh, Malthus Warte. So, mh, mh. What? Ich brauche mehr Zeit. Noch Fragen? Nö, oder? Nö, nö. Nö, nö, nö. Und ein Dungeon. Oh, was haben wir hier? Zenith. Zenith. Unter den Gipfeln erstrecken sich Tunnel, die nie kartiert wurden. Mhm, gucken wir mal rein, oder? Jetzt sieht es draußen sogar fast regnerisch aus. Ja, es ist echt schade. Jetzt habe ich so gefühlt in zwei Stunden, eine halbe Stunde aufgenommen. Aber. Was will man machen? Tötet die wiederbelebten Wachen. Zwei. Zwei. Ja! Ha! 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 Okay, jetzt müssen wir aufpassen. Ich bin noch nicht bereit. Ich brauche mehr Zeit. Ich habe kaum noch Energie. Wow, dann kein Zauberstab. Der ist echt düster gerade, ne? Nach Regen aussehen eine Wolke gerade. Oha! Ich habe nicht genug Energie. Ha! Ich brauche mehr Energie. Ich bin noch nicht bereit. Ich brauche mehr Energie. Ich habe kaum noch Energie. Ich habe kaum noch Energie. Ist das eigentlich jetzt Fallen oder werden die wirklich umgewandelt, während die um Hilfe rufen? Warum glaube ich dem nicht mehr? Ich bin noch nicht bereit. Ich bin noch nicht bereit. Ich habe nicht genug Energie. Huiuiui. Legendary Brustschuk. Der ist richtig schön. Wow. Wenn ihr getroffen werdet, während ihr nicht gesund seid, bilden sich drei Sekunden lang eine magische Blase. Um euch so lange Spieler in der Blase stehen, sind sie immun. Kann nur einmal in neun Sekunden auftreten. Well, nehmen wir. Ja, nur zehn, aber dafür mehr Rüstung. Nehmen wir. Okay. Die sieht cool aus. Wow. Na, deswegen. Dankeschön, es lohnt sich schon. Ich brauche mehr Energie. Ich brauche mehr Zeit. Ist das wirklich der Schlüssel? Die Schatteninfusion und dann huschen? Kann ich noch was anmachen, ne? Schatteninfusion und dann huschen, oder? Das klappt sehr gut. Wollen wir dann alle Gegner... Ich brauche mehr Zeit. Ich brauche mehr Zeit. Ich brauche mehr Energie. Ich bin noch nicht bereit. Das war jetzt aber auch... Wieder knapp, ne? Wie heißt die? Schützende Abenteurer-Tonica. Ai, ai, ai. Mehr Schatteninfusion, oh yeah. Ich brauche mehr Zeit. Ich brauche mehr Zeit. Ich brauche mehr Energie. Okay. Begebt euch nach, Hürde der Abschottung. Ich hoffe, hier ist kein unbesiegbarer Boss drin. Hürde der Abschottung. Bringt den Blutschein zurück zum Podest 3. Aha. Ah. Ich bin noch nicht bereit. Ich bin noch nicht bereit. Ich bin noch nicht bereit. Oh no. Es könnte kacke werden. Ich hoffe, dass es nicht der gleiche Boss wie in der Einhöhle. Ich brauche Zeit, um das zu tun. Ich brauche mehr Energie. Ich brauche mehr Zeit. Ich bin noch nicht bereit. Ich bin noch nicht bereit. Ich bin noch nicht bereit. es regnet wort wie schön oh plus lebensregeneration ja behalten war es regnet ich hasse regen kann man nichts machen aber wir müssen die einzeln wegbringen gehe ich mal von aus der geruch ich rieche dass es lange nicht mehr geregnet hat wundert euch nicht wenn ich in dungeons recht wenig kommentiere dafür kommentiere ich ansonsten umso mehr aber ich versuche mich zu konzentrieren ich bin noch nicht bereit ja 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 ich habe kaum noch energie muss über cool aus verwestes relikt das macht wahrscheinlich auch sind drauf schießen ich bin noch nicht bereit es Vor allem heißes Krummschwert, Kampfeskroll. Okay, es ist nämlich einfach kein Krummschwert. Da ist der nächste Blutstein. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Neues Aussehen. Schnellfeuer. Das heißt, oh, die sehen cool aus. Das heißt, jetzt könnten wir sogar theoretisch... ...fünf, fünf, fünf, fünf. Das ist doch mal was, oder? Schadensreduktion im Nahkampf. Das sieht aber auch wieder nach Horadrim aus hier, ne? Ich bin noch nicht bereit. Ich brauche mehr Zeit. No. Ich bin noch nicht bereit. Wir wurden getrennt. Meine Freunde sind tot. Alleine werde ich bald sterben. Oh shit. Sorry. Ich brauche mehr Zeit. Ich brauche Zeit, um das zu tun. 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 Naja, fünf Wellen in der Zeit wären aber auch richtig heftig gewesen. Na aber der Lebensenergiebonus ist weg Ja wir warten mal auf die Fähigkeiten oder Oh diese Luft Ah wenn es lange nicht regnet Ist Regen schon was tolles Na okay Damit haben wir den letzten Blutstein Ah ja Muss nur irgendwann nochmal aufhören zu regnen Ich muss heute nochmal raus Ich muss noch einkaufen gehen Gut ich hoffe es ist nicht der gleiche Boss wie Na ihr wisst schon Gefrorene Statue Mauke mehr Zeit Ich bin noch nicht bereit 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 Meine Taschen sind voll Ja 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 Zenit abgeschlossen Schön Ich bin noch nicht bereit Cool Estuar Haben wir das nämlich auch geschafft Okay wir müssen Oh mein Gott ist schon spät Meine sehr verehrten Damen und Herren Es war mir eine sehr große Freude mit euch dieses Abenteuer zu bestreiten Die nächste Aufnahme wird hoffentlich durch weniger Pausen unterbrochen Und wir werden gemeinsam nach Korvala gehen Und dort mit Mutter Oberin Prava darüber sprechen Dass wir ja offensichtlich gar keinen Segen bekommen haben Obwohl wir den ja brauchen Weil die Narius eher so war Nö Tschüss Gesegnet hat er uns nicht wirklich Okay ob es weiter geht Und was Mutter Oberin Prava dazu sagt Und wie wir Lelö weiter verfolgen können Erfahren wir beim nächsten Mal Bis dann Ciao Bis dann